Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Anno 1404 Venedig mit der inoffiziellen Anno Add-on Mod und es brennt, wie immer brennt es in unserer Stadt. Da stand schon mal eine Feuerwehr, das weiß ich. Jetzt baue ich sie da wieder hin. Ja, damit soll der Brand gleich erledigt sein. Wir haben letztes Mal einen Schergen erwischt hier in Wolfshafen, das ist doch schon mal schön. Ansonsten das Kloster gebaut und nochmal ein paar mehr Häuschen. Ich glaube, wir machen gute Fortschritte, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Wir bräuchten jetzt nur noch ein paar mehr Ressourcen, da hapert es noch ein bisschen. Aber das wird sich auch bald erledigt haben. Wir können ja schon mal gucken, was wir als nächstes angehen wollen. Könnten wir mit der Fleischproduktion anfangen, das ist aber immer ein bisschen aufwendig. Kartoffelschnaps dürfte einfacher gehen. Haben so wenigstens was zu saufen. Kleidung, ja. Kohle ist natürlich auch was, was die besitzen wollen. Vielleicht dürfen wir das als erstes angehen, denn Kohle haben wir ja quasi schon. Nur wird die gerade noch alle für die Produktion von Werkzeug verwendet. An dieser Stelle. Ich glaube, wir holen uns hier mal nochmal ein bisschen mehr Kohlenproduktion. Das können wir nämlich sowohl da unten gebrauchen, als auch eben für unsere Bewohner. Zack. Und dann könnt ihr nämlich viel besser heizen, meine lieben Bewohner. Und ich will ja alles für euch tun hier. Im Winter ist es nun mal auch kalt. Warum haben wir so einen Trupp, der rumläuft? Welches Gebäude sorgt dafür? Ist das einfach durch das Stadtzentrum einfach? Was haben wir denn hier? Mein orientalisches Handelschiff. Das ist, wir bekommen gleich erstmal wieder ein bisschen Werkzeug. Das ist schön. Auch wenn wir selber welches produzieren, können wir das aktuell noch ganz gut gebrauchen. Wenn wir das hier ein bisschen schöner überreicht bekommen. Und das tut er jetzt hier. Warum kaufen wir Fisch ein? Hä? Ach, der muss uns Fisch geben. Wenn er das macht. Das ist okay. Zollbare Fisch ist jetzt nicht das allergeilste. Weil Fisch haben wir eigentlich nicht so wenig. Aber besser als nichts. Kann man mal gut mitnehmen. So. Ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem nochmal an, was wir als nächstes machen. Ich glaube, das ist der Kartoffelschnaps, wie ich das gerade gesehen habe. Was brauchen wir denn für Kartoffelschnaps? Anis ist das nicht. Handwehr für Kleidung könnten wir auch machen. Vielleicht sollten wir erst mit Kleidung gehen. Ne, wir machen erst Kartoffelschnaps. Wir bleiben mal bei der Produktion hier oben. Überhalb unserer, äh, dieses Flusses. Als natürliche Grenze. Warum darfst du nicht upgraden? Ach, wir haben eine Tonne Stein zu wenig. So. Hat sich das erledigt. Wo bauen wir das denn am besten? Ich glaube, wir bauen das hier in dem unteren Teil mal. Warum wir auch tatsächlich gar nichts Großartiges für? Gibt es da verschiedene Gebäude? Nein. Da wollen wir uns auch nicht drum kümmern. Wir probieren es mal so. Ich hoffe, dass das noch nicht zu viele Plätze sind, die geblockt waren. Das sieht doch gut aus. Und, äh, reicht das noch aus? Muss man gleich einen ganz kurzen Cut setzen. Ja, es reicht noch aus. Aber so gerade geht der Weg nicht durch. Ne, das ist auch nicht so geil. Kurzer Cut eben gerade. So, Entschuldigung dafür. Ganz ideal ist das nicht, weil der Weg so nicht weiter geht, ne? Aber gut, wir haben jetzt erstmal Kartoffelschnaps bald. Das ist doch schön. Warum haben wir so viel Holz auf einmal? Wo kommt das ganze Holz her? Dieses Schiff ist eines meiner besten. Gut, haben wir jetzt ganz viel. Ja, wusste ich natürlich, dass wir so viel Holz haben. Ich würde sagen, wir erschließen uns tatsächlich mal eben hier unten den Steinmetz. Natürlich reicht es gerade so nicht. So, Steinmetz, 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 Steinmetz. Äh, ne, du bist auf dem Minenbauplatz, glaube ich. Genau. Ich mag ja dieses Menü. Ist viel schöner als diese Organisation nach den, äh, Evolutionsstufen. So, perfekt. Joa. Ich überlege, ob wir jetzt, äh, erstmal weiter uns um die Bedürfnisse unserer Bürger. Können sollen. Oder alternativ direkt den zweiten Marktplatz bauen und einfach auf mehr, ähm, Pioniere, beziehungsweise Bauern setzen. Halte ich für auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das machen wir mal. Was wir aber eben auch machen ist, wir reißen diese Feuerwehr ab, auch wenn ich sie gleich wieder dahin baue, weil ich möchte hier genug Feuerwehren stehen haben. Aber die sollten mal eben so stehen. Und wir setzen hier spiegelverkehrt eine Kirche hin, äh, beziehungsweise eine Kapelle. So, und dann haben wir hier erstmal wieder ein paar Leute, die hier auch beten können. Das heißt, wir können die gleich auch nochmal aufsteigen lassen. Und ich glaube, wir machen das tatsächlich mal. Wir bauen uns hier, äh, ein neues Stadtzentrum hin. So, schließen dann hier mal eben so ein bisschen die Straßen so ab, damit das hier weiterhin ganz akzeptabel aussieht. So, da drüber habe ich erstmal das alles freigelassen, aber einmal die komplette Umrandung hier. Nehmt euch meinen wirtschaftlichen Erfolg ruhig zum Vorbild. So, Patricia hat sie schon, die Helena. Das war doch Helena und nicht Giovanni, ne? Ja, auch wenn Giovanni gerade gesprochen hat. So. Aber wir müssen das Ganze auch ein bisschen ruhiger angehen, ja? Ich hoffe nur, dass wir nicht, dass wir den Krieg vermeiden können. Aber ich denke, ja. Und wenn, dann werden wir halt den Krieg führen. Wir nehmen diese Herausforderung an, sobald sie sich uns stellt. Das geht leider nicht. So. Dann können wir uns hier doch tatsächlich nochmal einige weitere Häuserchen. Sowie nochmal hier. Kirche und. Warum geht das nicht? Ach, ich habe den hier quer gebaut und hier gerade. Das ist nicht so schlau gewesen von mir. Es sei denn, wir machen das anders. Ne, das ist einfach scheiße, wenn das anders ist. Sorry, wir müssen hier nochmal abreißen. Das ist alles nicht ganz richtig, wie ich es hier gebaut habe. Oh, jetzt ist hier ein Weg noch. Aber glücklicherweise noch früh genug erkannt, um Fehler korrigieren zu können. Ich meine, prinzipiell wäre es auch gar nicht schlecht gewesen, ihn andersrum zu haben, aber... Ja, ja, ähm, ähm, aber... Trotzdem machen wir das so, dass das... Sonst kann ich... Sonst ist es zu schwer, um hier immer zu sehen, wie ich voranschreiten muss. Ähm, Glitzhaus. Kirche. Oder Kapelle. Wollen ja hier korrekt bleiben. Verreißen dich nochmal ab. So, hier brennt's. Das sollte aber reichen, ja. So, und dann können wir hier unten tatsächlich wieder normale... Wobei wir sollten diesmal auch hier direkt... Die hier mit einberücksichtigen. So, die können nicht kopiert werden, lüderweise. Ist aber nicht so wild, weil wir können sie ja von hier nehmen. Und dann vergrößern wir uns mal ein bisschen. Und haben schon wieder kein Holz mehr. Aber, das können wir gleich sehr, sehr schnell korrigieren. Denn wir haben hier... Dort noch etwas auf dem Schiff. Und können das Ganze direkt noch ausgeben. Perfekt. So, und bekommen dann gleich viel mehr Steuern. So, können auch mal die... Ne, das bringt gerade nichts, wir haben ja kein Holz. Und das Ganze hat neues Land erschlossen. Okay. Wir müssen gucken, dass wir nachher noch genug Inseln zur Verfügung haben. Nicht, dass wir Kriege direkt um die Insel führen müssen. So ein bisschen berücksichtigen. Aber noch nicht jetzt. Erstens, wie gesagt, wollte ich hier ein paar mehr Leute haben. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Geld bekommen. Und uns gleich leisten können, auch mal auf neue Schiffchen zu setzen. Und auf die Produktion von Kanütschkes und so. Ich weiß nicht, warum ich heute irgendwelche komischen Niedlichkeitsformen nehme. Aber... So, Krangebäude. Kleine Werft könnten wir bauen. Wir bräuchten allerdings noch irgendwie was, um hier gleich entsprechend in Richtung Militär vordringen zu können. Und dazu bräuchten wir Kanonen. Und Kanonen kann man erst bauen, relativ spät, glaube ich. Das würde ich gerne mal finden. Ist das nicht unter... Ne, Farmen und Handwerksbetriebe ist jetzt... Müsste aber eigentlich dabei sein, oder? Sehe ich aber hier nicht da unten. Vielleicht bin ich auch einfach blind. Auch das kann sein. Oder es kommt halt in diesem Menü und ist noch nicht freigeschaltet. Oder bei Militäranlagen. Weil hier sind auch die Waffen. Ist auch die Waffenschwede drin. Aber das bringt nichts für die Kanonen. Also das sind die Baupläne der Cousaren. Das hilft uns also alles gar nichts. Das sind sowieso alles nur Verschönerungssachen. Wir könnten also auch einen Wachtturm bauen. Also das ginge schon. Können wir uns also überlegen, ob wir das bald mal angehen. Das finde ich aber noch ein bisschen früh. Ich würde aber gerne mal sehen, wo hier die... Die Kanonengießereien sind. Küstenseilerei. Ah, da gibt es wahrscheinlich mit Flussbauplatz. Und eben nicht mit Flussbauplatz. Ja. Alles klar. Ich gehe jetzt trotzdem einmal hier durch. Aber ich glaube, ich habe es hier nicht gesehen. Naja, gut. Sei es drum. Wir werden es schon irgendwann finden. Oder ist das hier irgendwo? Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gut. So. Was ich aber auf jeden Fall auch nochmal machen müsste, wäre Kleidung zu produzieren. Und ich glaube, das sollten wir in dieser Folge ein bisschen mit angehen. Wenn sich hier der Besitz gefüllt hat. Auch Getränke sind da, weil wir eben schön Kartoffelschnaps haben. Aber was noch ein bisschen fehlt, ist Hanf. Für die Kleidung natürlich. Dorthin. Und deshalb. Fangen wir damit jetzt mal an. Produzieren von Hanf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie die Felder da aussehen. Ah, das sind die alten Felder tatsächlich. Okay. Hätte ich da noch ein bisschen weiter rüber gehen können. So. Und. Nein. Okay. Moment mal hat sich hierhin. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Ja. Aber das sieht gut aus. So. Und dann brauchen wir jetzt hier eine Kleidungmacherei. Leinenwebstube war ich natürlich. Wollen wir direkt einen zweiten Tech davon machen? Ja. Das machen wir direkt. Auch wenn das noch ein bisschen unsere Kohleproduktion reduziert. Hier unten, weil ich da schon wieder alles zubaue. Aber. Das soll nicht weiter tragisch sein. So. Ich will dann gerne hier das noch ein bisschen korrigieren. Mit der Wegfindung. Beziehungsweise mit der Straße einfach. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Wir brauchen gleich nochmal eine neue Orient-Siedlung, glaube ich. Bevor das da zu spät ist. Ich glaube, das gehen wir gleich mal an. Dazu müssen wir mal einmal checken, was wir für Ressourcen dort noch brauchen. Gut. Kleidung wird abgebaut. Wir haben gerade nicht ganz so viele. Werkzeug mehr. Ist ein bisschen schade. Reicht das für ein Kontor? Acht Tonnen? Küstengebäude. Kontor. Ja. Das heißt, wir können uns das auch mal gerade. Und gucken dann tatsächlich mal. Wobei wir auch eine neue Nordinsel irgendwann bräuchten. Da finde ich die jetzt sogar gar nicht so schlecht. Weil die ganz nah dran ist. Und wir dann unsere Produktion vielleicht hier auslagen könnten. Oder auf die. Hier ist Hanf mit drauf. Oh. Aber Hanf war ja auf unserer Insel, ne? Ja. Ansonsten. Also Most oder Hanf können wir uns überlegen. Die hier ist kleiner. Deshalb würde ich fast sagen, wir besiedeln mal gerade diese Insel. Und wir werden uns auch eine Orient-Siedlung gleich noch können. Aber die hier würde ich ganz gerne einnehmen, bevor die jemand hat. Weil da können wir gut unsere Produktion drauf verlagern. Finde ich prima. Ansonsten haben wir hier unten eine mit... Hängt von eurer Unterstützung an. Das können wir machen. Gucken wir uns das also gleich nochmal an. Vorher fahren wir einmal hier hoch zu den Schiffbrüchigen. Und jetzt wollte ich aber noch einmal kurz gucken. Wir haben hier Datteln, Seide, Farbe, Kaffee. Gibt es denn überhaupt noch irgendeine Orient-Insel? Ja. Nehmen wir. Vielleicht sollten wir hier gleich nochmal tatsächlich einmal hinfahren. Ich glaube, das machen wir. Können wir das nicht? Ja, machen wir halt hier ein orientalisches. Die fährt nämlich hier schon wieder so gefährlich hin. Nicht, dass die diese Insel gleich einnehmen will. Das müssten wir auf jeden Fall noch umbenennen. Und das Kontor ändern. Das gefällt mir hier nicht, weil wir hier nicht im Orient sind. Genauso wie ich unten gerne eine Orient-Diggens bauen habe. Das müssen wir auch noch ändern. Wenn ich jetzt das Kontor abreiße. Kann ich dann hier ein normales Kontor hinwohnen? Ja. So, sehr gut. Und dann holst du das gleiche nochmal ab. Frage ist, ob wir hier mal die Insel noch mehr blockieren wollen. Und ich glaube fast ja. Das können wir jetzt zwar nur so halb. Aber immerhin. Hier können wir leider nicht mehr so viel blockieren gerade, weil uns hier dafür das Holz fehlt. Aber das werden wir uns gleich noch holen. Und ich würde hier die Strände alle blockieren, damit hier keiner anderer draufkommt. Ich weiß nicht, ob das in diesem Spiel so extrem gemacht wird. Aber. So, wir nehmen nochmal alles hier mit. Oh. Und ich sehe gerade das, was mir nicht gefällt. Was ich aber gerade auch nicht ändern kann, weil ich gerade so viele Sachen abgezogen habe. Ich hoffe, ihr habt das noch nicht gesehen, aber ist egal. Wir werden es gleich korrigieren. Ich hoffe, ich werde daran weiterhin denken. So. Du kannst mal währenddessen die Sachen hier mitnehmen. Sehr gut. Und hier noch einen. Und dann. Nach da unten sollen wir sie bringen. Alles klar. Wo fährst du denn hin? Hier sollt sie hin. So. Na komm. Ein bisschen Werkzeug brauchen wir. Denn das hier wird gerade ein bisschen knapp. Das gefällt mir nicht. Ansonsten haben wir die ersten Leinenkunden. Das finde ich gut. Kohle steigt ins Unermessliche. Kartoffelschnaps leert sich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das sich gleich noch ändert. Weil hier. Ja. Das ist glaube ich okay. Nur mit dem Fisch müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Fischereihütte. Kommen wir hier überhaupt noch durch? Ja. Komm. Wir gehen jetzt auch hier rüber. Denn wir werden auch die Produktion demnächst von den ersten Fischerhütten hier hoch verlegen. Denn wir wollen ja demnächst hier weiter zur Seite quasi mit den Hafengebäuden. So. So. Zwei weitere sollten auf jeden Fall jetzt erstmal reichen. Da haben wir ganz kurz hier an. Oder 10 Tonnen zumindest von meinem aus. Ich denke da werde ich gleich wieder was zurücknehmen von. Ein bisschen gucken. So. Was für dramatische Musik wir hier gerade hören. Das gefällt mir. So. Jetzt sollte hier eigentlich keiner mehr siedeln dürfen. Ich könnte sich glücklich schätzen, während all seine Vasallen so recht schaffen wie ihr. Und jetzt fahren wir nach unten. Ich würde jetzt tatsächlich gerne noch einmal hier gucken. Auch wenn das ziemlich nah an den Korsaren dran ist. Ja. Nehmen wir doch die hier. Wir nehmen die hier. Die ist schön nah dran. Ansonsten müssen wir hier nochmal gucken. Wobei das auch nicht schlecht ist. Zuckerrohr. Kaffee brauchen wir nicht. Aber diese Rosen brauchen wir auch. Datteln. Vielleicht hätten wir hier keine Datteln ansiedeln sollen in unserer Hauptsiedlung. Aber das ist immer so blöd, wenn man das in der Hauptsiedlung nicht hat. Kann man das eigentlich dann nochmal ändern? Kann man das nochmal entsockeln? Ja. Glaube ich schon. Das ist doch gut. Dann können wir das nämlich nochmal korrigieren irgendwann. Aber noch nicht jetzt. So. Fisch sollte hoffentlich gleich wieder ansteigen. Wahrscheinlich noch nicht ganz so weit gekommen. Das sollte jetzt langsam jetzt wieder ansteigen. Most geht auch leicht zurück. Aber da haben wir noch so viel, dass ich das glaube ich beim nächsten Mal noch beobachten werde. Ein Mitspieler übernimmt einen freien Ratssitz. Habt ihr in der euch anvertrauten Sache? Ihr macht es alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Dank für deine Tag soll sein. Ein kleiner Reif für dich. Vielen Dank. Der Giovanni findet das nicht so, oder den interessiert das überhaupt nicht. Aber was soll's. Ich würde sagen, mit dieser schönen Seemannsmusik, die hoffentlich nicht demageschützt ist, beende ich mal diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts klicken Sie auf der Folge klicken. Unrechtlich Aspekt von mir. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Oh nein. Eine kurze Sache noch vorher. Der hat die Insel genommen, die ich gerade versiedeln wollte. Ne, stimmt nicht. Ich wollte die versiedeln. Alles gut. Das mache ich nochmal ganz schnell, auch wenn ich gerade schon abmoderiert habe. Aber wir haben auch noch einen Tribut. Den zeigen wir ihm auch nochmal. So. Jetzt aber. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.